Ein 18-jähriger Student aus Taiwan, Wayne Lo, läuft durch den Campus, erschießt zwei, verwundert vier. Wie immer wird das Grund Vereinsamung genannt, Lust an Gewalt, leichter Zugang zu Feuerwaffen. Nach der Verhaftung sagt Wayne aus, Gott habe ihn mit dem Morden beauftragt. Ich frage ihn, wie man das tun kann? Wie man das tun kann? Warum hast du das tun? Er hat gesagt, Mom, das war nicht ich. Und seine falsche Verhaftung war, dass ein Geist kam zu ihm und sagte ihm zu readen, und tun was zu tun. Und ich dachte, das war meine Mission, zu zerstören die Sins an Simon's Rock. Ich verstehe, dass mein Sonn wurde, was das bedeutet, 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 all das bedeutet, das bedeutet, würde lange weiter verstehen. So vielleicht vielleicht vielleicht, einem Tag, einer Tag, ich bin zu verstehen, warum ich es etwas geschafft habe. Und natürlich ist das eine Suche, die jeder schaut, und ich selbst ist, weil ich möchte wissen, warum ich was ich gemacht habe.